Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Tim oder auch Fanmate Let's Play. Mein Hobby ist das Produzieren von Videos. Logisch, immerhin bin ich deswegen auch YouTuber geworden. Bis zu zwei Videos erwarten dich hier täglich. Wie mein Name schon vermuten lässt, stehen Gaming-Videos hier im Mittelpunkt. Die Videospielreihe, auf die ich mich hier ganz besonders konzentriere, ist Pokémon, und zwar in Form von Competitive Campen. Das ist geplant. Jetzt kommt der Freeze aus. Oh ja, genau, der Freeze! Aber ich hab Migration zum Glück. Ich hab Migration. Oh scheiße. Ey, das sah gerade so scheiße aus in der Kamera, aber ich musste so mega lachen, ne? Nasdaq Challenges. Vielleicht kommt der Crit. Oh man, ich hab immer Angst vor Crit in der Challenge, Leute. So, bleiben auf Giftstachel. Aber ich will, dass Jesse das schafft. Ja. So viel dazu. Und vielen anderen Dingen rund um das Thema Pokémon. Um für ausreichend Abwechslung zu sorgen, lade ich auch Videos zu anderen Spielen hoch. Ja, ich hab's geschafft. Du, du willst mich verarschen, Spieler. Doch neben Let's Plays hab ich noch eine andere Leidenschaft hier auf YouTube, nämlich das Vloggen. Ich liebe es, bestimmte Augenblicke in meinem Leben auf Video festzuhalten und diese hier mit euch auf meinem Channel zu teilen. Aber ganz egal, was ich hier auch mache, deine Meinung ist mir immer extrem wichtig. Schließlich machen meine Zuschauer den Kanal zu dem, was er nun mal ist. Aber genug von mir. Jetzt bist du an der Reihe. Erzähl doch mal in den Kommentaren ein bisschen was über dich. Schließlich würde ich gerne wissen, welche verrückten Menschen sich meine Videos antun. In der Videobeschreibung findest du übrigens noch den Link zu meiner Twitter-Seite, Twitch und anderen Plattformen, auf denen ich aktiv bin. Ich wünsche dir viel Spaß auf meinem Kanal und freue mich auf eine geile gemeinsame Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!